So, und im Nebenstraßenbereich hier auch trotzdem noch zentral gelegen, das Hotel Navorana, direkt hinten an der Sonnhol. Ja, und die Straße führt jetzt von hier aus weiter durch, eine der interessanten, netten Nebenstraßen, die in Richtung auf Fontesacala jetzt zugeht. Hier ist ja an dem Paseo dran vorbei eine wundervolle Geh- und Laufstrecke gemacht worden, die wir natürlich hier mit dem Auto nicht befahren können und die den ganzen Tag über viele Spaziergänger und insbesondere auch Leute, die ein bisschen joggen wollen, einladen. Abends gibt es diese besagte Bodenwelle hier und wir schauen mal, dass wir hier unten euch vielleicht nochmal den Blick von der Bucht von San Pedro Scala irgendwo einfangen. Die haben wir jetzt gleich hier auf der linken Seite. Halte da jetzt mal eben ganz kurz und dann habt ihr wieder die Orientierung, wie es weitergehen kann. So, Moment. Illegal geht es jetzt hier nach links. So, und das ist die Bucht hier von San Pedro Scala. Es gibt hier unten auch einige kleine Häuschen, die zur Vermietung mit anstehen. Im Sommer ist das natürlich sehr schön, im Winter ist es ein bisschen feucht. Und wir fahren von hier aus jetzt mal weiter Richtung Fontesacala. Ja, wie gesagt, wir sind auf dem Weg nach Fontesacala und das Hotel Aquai hat in den letzten Jahren immer häufiger mal zwischendurch den Begriff gewechselt. Aber das Hotel heißt jetzt Aquai-Ressort und Spa mit vier Sternen, ist an der gleichen Stelle. Und ja, wie gesagt, hier gibt es auch die großen Tennisplätze mit dazu. Toller Meerblick. Wer es so ein bisschen ruhiger und abseits haben will, der ist bestimmt hier gut aufgehoben. Und das, was wir jetzt haben, ist der Weg rüber nach Fontesacala. So, wir machen zur Orientierung nochmal so einen kleinen Stopp. Wir waren ja an dem Hotel Aquai. Da sind wir jetzt dran vorbei und nehmen jetzt die Küstenstraße rüber nach Fontesacala. Fontesacala ist natürlich auch ein Ortsteil von der Gemeinde Cap de Pera. Und das, was ihr jetzt hier seht, ist zum Baden eigentlich nicht so gut geeignet. Aber es sind so für Anfänger ein paar schöne Stellen dabei, wo man ganz gut schnorcheln kann. Viel Felsen hier und schön zerklüftet und nicht sehr tief. Also, das ist hier die Stelle zum Schnorcheln. Ja, wir haben euch ja gesagt, dass wir mal ganz kurz hin von dieser Kala vorbeifahren wollen. Hier gibt es natürlich nicht so viel an Nebenstraßen, aber hier gibt es natürlich auch ein paar große Hotels, die wir euch jetzt in dem Zusammenhang mal eben mitzeigen. Hier ist wieder der große Hinweis, das große Hinweisschild mit den Dingen, die möglich sind. Taconera, Las Palmeiras Beach Club Fontesacala und Rock Carolina. Und wir kommen hier und wir kommen hier, wir kommen hier als allererstes an dem Hotel Nataconera vorbei. Hier vorne auf der rechten Seite, ganz bekannt auch mit der Begrünung von außen. So, und dann haben wir hier, der Ort ist wie gesagt klein gehalten. Es ist auch nur eine verhaltene Infrastruktur dann irgendwo da. Das ist glaube ich die Privatanlage hier vorne in der Vermietung mit drin und kommen jetzt ein bisschen in das sogenannte Zentrum nach hier. Da ist auf der rechten Seite das Fitnessstudio Güm. Hier geht es zu dem kleinen Bucht nach Aldrenda. Und wir haben dann hier nochmal so ein paar kleine Apartments. Und dann auf der rechten Seite hier bei Drive & Fun, der Tauchschule, da ist dann das Hotel Beach Club. Sehr groß. Ihr seht hier ganz viele Bewegungen, die hier mit dabei sind. Auf der linken Seite hier vorne Pinus Park. Und im Hintergrund hinten das große Hotel von Rock Carolina. Da oben drehen wir mal und dann geht es nochmal zurück. So, Monika und ich wünschen euch einen schönen Sonntag als Abschluss hier von unserem kleinen Nebenstraßenbereich Plus Fontesacala. Wir sind jetzt am Strand von Fontesacala. Wie gesagt, es ist ein bisschen regnerisch heute hier. Und ihr seht im Hintergrund das große Hotel Rock Carolina. Unter uns ist ein bisschen was an Geräuschen von dem tollen Scheringuito, was hier immer zum Essen, zum Trinken und zum Vorbeien einlädt. Und hier ist die Rückwertierseite von dem Beach Club, wenn wir das noch einfangen können. Ja, und damit sagen wir beide euch, egal wo auch immer ihr seid, tollen Sonntag. Schöne Grüße von heute. Ein bisschen Regenwetter.